Herzlich Willkommen hier bei profischnapp.de in Empfingen und zwar im Showroom hier oben. Ich sitze hier auf einem Relax-Sessel CA04 von Hukla, einem Messestück mit elektrischer Verstellung, mit Akku und mit Herzwaageposition. In einem Samtvelour Beige, Größe Medium, ein ganz tolles Stück, wo ich mich gleich richtig wohlfühle, wo ich gerne drin sitze. So, wo sind die Knöpfe? Hier unten sind die Knöpfe und auf dieser Seite hat es auch noch welche. Wenn ich jetzt hier vorne den ersten drücke, kommt die Zunge, der zweite ist für den Rücken. Füße kommen hoch, Sessel kippt, Herzwaage. Ich liege hier richtig toll drin und auf dieser Seite habe ich auch noch zwei Knöpfe. Da kann ich den oberen Drittel des Rückens nach vorne stellen, sodass ich wunderbar in die Kiste schauen kann. Zurück geht das Ganze mit den Knöpfen hinten. Ganz easy und das Ganze ohne Kabel, denn integriert ist ein Akku. Sie müssen den Sessel nur alle sechs, vier bis sechs Wochen laden. Ein Sitzkomfort, unglaublich drehbar, schick, etwas breiter, ja, aber elegant gemacht. Und dieser Samtvelour ist natürlich vom Griff her ganz toll. Wenn Sie also einen Relax-Sessel in Stoff haben wollen und super bequem liegen bis zur Herzwaageposition, dann, ja, dann ist vielleicht CA04 was für Sie. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Ich bleibe jetzt noch ein Weilchen liegen. Nein, leider habe ich die Zeit nicht dazu, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich Relax-Sessel ausprobieren kann, denn Bequemlichkeit ist heute einmal mehr Trumpf. Dankeschön, schnappen Sie zu, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.